Ihr Lieben, Hallihallo! Ja, bevor es zur eigentlichen Auflösung der Videogrußbotschaft kommt, die ich ja gestern versprochen habe, die Aktion läuft noch, ihr könnt also noch mitmachen, gibt es heute eine Grußbotschaft außer Konkurrenz, eine ganz besondere. Gestern hat ein ganz besonders lieber Mensch um seinen persönlichen Videogruß gebeten, Türchen. Ja, du bekommst das natürlich auf diesem Wege. Ich habe mich sehr gefreut, dass du als großer Fan meiner Seite an der Aktion mitgemacht hast und ich kann dir hier auf diesem Weg sagen, ich bin auch ein riesen Fan von dir und guck mal, ich habe eine Million Autogrammkarten von dir, die ich jeden Tag anschaue. Und damit mache ich jetzt weiter. Also das war dein Videogruß, Gruß und Kuss und Schluss.